Okay, hier ist auch alles voller Blöcke. Zora, kannst du mich hören? Ja, Miki, was geht hier bloß vor? Bis gerade war ich dauernd noch in dieser Stadt. Es tut mir leid, Zora. Ich kann mir das alles auch nicht erklären. Er sieht so aus, als ob sich ein Weg zur nächsten Welt öffnet, wenn der Bug in der vorigen beseitigt wird. Wenn Schmerzen schwinden, ein Weg wird sich finden. Moment mal, dieser Gegner, den ich gerade besiegt habe, der im Schlüsselloch, das war ein Bug. Hier gibt es auch Blöcke, dann ist der nächste Bug wohl nicht weit, was? Vermutlich. Suche auch hier nach einem Schlüsselloch. Besiege dann den Gegner hinter diesem, um diese Welt von den Blöcken zu befreien. Damit sich das alles wiederholt, und ich werde umgefragt nach, was weiß ich wo, verfrachtet werde. Eigentlich ganz spaßlich. Wo kriegt man schließlich sonst so viele zu sehen? Teil mit euch, Bugs. Zeigt mir neue Welten. Das ist genau die Einstellung, die wir brauchen. Ah! Hilfe! Was hast du? Überrasse, kleine, nackte Menschen. Herzlose, überlasse sie mir. Den, 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 den. Ach, immer noch. Komm raus, so feige Sau. Das ging schnell. Uh, das war knapp. Bist du okay? Ja, danke. Ähm, wer bist du eigentlich? Ich heiße Sura und du? Ich, äh, nein, es ist zwecklos. Kann mich an... Kann mich nicht... Nicht mal an den Namen? Ach, Tigerkatze. Die Ärmste leidet an Amnesie. Amne was? Akne eher. Und warum bist du überhaupt? Richtig fette Tigerkatze. Anpack viel über dieses Land. Und vielerlei verschwand. Doch zwischen Blöck und Hacken mit mancher Erinnerung stelten. Richtig Rapper hier. Und Bug? Hm, von sowas hatte Mickey auch besprochen. Und deswegen ernetze ich niemand mehr. Je schneller ich das Schlüsselloch finde, desto besser. Schlüsselloch? Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich so eins gesehen. Wirklich, wo denn? Das will mir leider nicht einfallen. Wie sollte sie sich erinnern? Da alles liegt... Da... Da... Alles liegt im Trümmern. Sprichst... Sprichst du jedoch jenes Wort? Äh... Erinnert sie sich sofort? Nicht schlecht. Doch siehe selbst. Bist du im Recht? Suchst du wie besessen? Ist dies alles bald vergessen? Hey, warte! Und die Aufgabe ist jetzt, ihre Erinnerung zu suchen. Wenn die Verloren-Einnerungen sind im Wunderland alles Wörter versteigt, findet die passenden Wörter zu diesen Gesprächspartnern und sie sagt sie nicht. Sammle die... Äh, ja. Geht klar, Chef. Aber erstmal... Kurz mal abchecken, wie das jetzt gerade so ist. Ein... Sprung der Dringendrinn, der alle Gegnern... Wird... Den Doppel... Elektrofähiger... Brauche ich sowas? Ach komm. Und Eis... Frostfähiger... Elektro-König... Geil. Und Ausrüstungs... Ach ja, ein neues Schlüsselschwert. Lässt dich schneller zuschlagen, als sonst im Notfall auch unautomatisch blocken. Und was wir Fähigkeiten hat, das bisher... Autorolle lässt sich auch mal so ausschmecken, wenn du auswendig auslösen hast. Mach deinen Angriff schneller. Okay. Ich muss jetzt... Jetzt muss ich dieses auch leveln. Yeah. Ich freue mich jetzt schon. Die Matrix-Platine ist erweitert worden. Sheet... Sheet-Tuner Brandlusten Datenversorgung mit Gegner. Nutze sie, um zahlreiche Einstellungen zu ändern. Um die Tuner anzuprobieren, musst du dich über Chips mit Energiespeisen. Wie, jetzt muss ich jetzt... Ach, leckt mich. Ich habe eine Idee. Wenn das so ist, dann... Mache ich mal eine Verbindung zu diesem Prozessor. Das ist jetzt dreifach. Diese Chips haben jetzt zweifache Wirkung. Ja, sieht eigentlich schon gut aus. Zweifache Wirkung. Okay. Da ist der Mogheri schon. Okay, ich wollte mal die Erinnerung da oben. Wenn ihr da abpinkt. Gib dem Mädchen seine Erinnerung zurück. Gib dem Mädchen seine Erinnerung oder zurück. Er ist nicht ihre Erinnerung. Ihr wart noch mal mein Name. Er liegt mir auf der Zunge. Alice. Ja, richtig, heißt er Alice. Oh, klasse, du erinnerst dich. Also Alice, was fällt dir zum Schluss noch ein? Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, es hat geleuchtet. Genauso ein Zugriff. Wo hast du das gesehen? Also das war... Wo war das denn nochmal? Ich fürchte, die Details finden wir noch. Da sie sich in Details verliert, bedarf mehr Zeit. Gut investiert. Äh, klar. Lass mich mal kurz übersetzen. Du meinst, wenn ich ihr weitere Denkanstöße gebe, fällt ihr irgendwann wieder ein, wo sie das Schlüsseloch gesehen hat. Aber wo finde ich die anderen Wörter? Da und dort, in Blöcken und in anderen rechten Orten. Okay Alice, warte hier auf mich. Ich finde deine Erinnerung. Ist gut. Jedoch, nicht jeder Sprichwort ist auch ein gutes Stichwort. In der Runde weit verstreut sind potenziell die anderen Leute. Daher stellt sich die Frage, dem welches Wort ich sage. Wird einfach rumprobieren. Ja, ländere ihre Leid. Duschen wieder. Auch diese Welt ist verletzt. Wenn Schmerzen schwinden, ein Weg wird sich finden. Warum kotzt der ständig meinen Weg? Naja, darum kann ich mich später kümmern. Jetzt muss ich erst mal Alice helfen. Ja, warum nicht? Wenn du nichts besseres zu tun hast, kannst du dir helfen. Immer speichern. Stufe 3 auf Stufe... 15. Hey. Hauptmeni. Außer, da kann man noch nicht. Aber im bestimmten Moment kann man was machen, aber das kommt noch. Hier geht das um... Oh ja, Zutat verboten, ist klar. Und Mogri? Blitzklinge, Vertikowurf, Elektrolauf, Feuerwirbel, Tornado, Feurer, Blitzerer. Blitzerer kann ich immer gebrochen. Okay, ich glaube, das mache ich jetzt mal rein. Blitzer kann ich immer gebrochen, das ist wirklich so. Was mache ich da, verdammt? Nein, ich will kein... Kein Elektrolauf. Ich werde da was Blitzer auf zu machen. Blitzerfähiger. Ja, okay, geht da. Ich will kein Elektrofähiger. Nee. Okay. Und wir gehen mal hier rein. Ist eigentlich egal, wo wir reingehen. Es wird immer sowas sein. Hey, du, was willst du hier? Oh, ähm, eigentlich nur etwas Verlorenes suchen. Dieser Gartner Königin, du bist nicht befugt, hier zu verweilen. Verschwinde oder du wirst festgenommen. Sowas Dummes. Ich muss versuchen, umgesehen an ihn vorbeizukommen. Ich darf keine Outmachtsegarten regeln. Ja, kannst du hier nicht einsetzen. Hm. Das ist ganz simpel. Der Wixler darf mich auch nicht sehen. Ich schau jetzt mal alle Items. Das geht mir irgendwie zu langsam. Ich bilde mir das einfach nur gerade ein. Ein bisschen langsam ist das schon. Ein Nullchip dazu bekommen. Hey, was tust du hier? Ich suche noch. Wohl nach Ärger, was? Wie ist das denn gerade? Na, guck mal, ist das schon in Ordnung? Ja, 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 ja. Ja, ist klar. Ach, der Typ hat mich nicht gerade gesehen. Okay, irgendwie links oben ist was Rotes. Neh, mir, was soll ich bloß tun? Ähm, gammeln? Was ist dein Problem? Irgendwas habe ich verwechselt. Nur was? Herzlichen, du wirst mich sofort enthaupten wollen. Weg wage ich zu bauen. Dabei habe ich geschuftet bis zum Unfall. Weißt du vielleicht, was ich verwechselt haben könnte? Nein, das ist es nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gepflanzt. Okay. Kein Problem, mein Freund, kein Problem. Wir können dir helfen. Wir können dir helfen. Verdammt, Mann. So springst du hoch. Okay, eins haben wir schon. Okay. Heißes Kaninchen. Ich gehe erstmal den oberen Weg da. Okay, es fehlt mich hierhin. Na, was ist denn jetzt los? Ich bin total winzig. Der Tisch hat es so, ich komme auch nicht so runter. Bist du klein oder ist deine Umgebung groß? Groß sind jedenfalls deine Probleme. Was tun jetzt? Was tun? Hey, warte. Was ist denn so schlimm daran, klein zu sein? Ähm, das ist ein Argument. Ist klar, dass die fette Arto-Bumper mit seiner fetten Bumper auftaucht. Boah. Ja, spring hoch, dicker Kerl. Das sah irgendwie sexy aus. Puh, hat der mich erschreckt. Was mache ich jetzt? Schon wieder verschwunden? Was will er überhaupt? Er braucht Aufmerksamkeit. Boah, da muss ich extra größer sein. Okay. Ja. Hey, mein Körper. Nachstumschub. So was hätte ich auch... Äh, könnte ich auch gebrochen. Ich glaube, ich bin etwas größer geworden. Ihr müsst wissen, ich baue nicht da größer jetzt. Ich werde es mal alles einsammeln. Danach kann ich irgendwie was anfangen. Okay, das reicht. Ich werde es mal alles töten, was mich nervt. Also alles hier. Das sieht irgendwie heftig aus, wenn er angreift. Komm, wie viel wollte der noch kommen? Die ganz ein guter Auszug leveln. Also es ist ein schlisches Schwert. Und für mich... Was ist jetzt ein Problem? Für dein vortrittliches Spiel. Einen Belohnung schenke ich dir. Hä? Was ist dein Geschenk? Hast du gerade mir da gemacht? Dumme Katze. Hä? Was für einen Satz im Türknopf? Wer veranstaltet hier so ein Lärm? Wow, er kann sprechen. Damit will man nichts als Mittagsschlüssel machen. Und schwupps, kippt die ganze Welt auf die Seite. Ein Unding ist das. Du siehst doch auch besser vor. An dieser Ort kommt es zu räumlichen Verzerrungen. Ob es auch ein Bug liegt. Keine Sorge, ich werde dir an, nur mal die Bild. Wieso versprichst du sowas? Okay, ein Level-Shift bekommt. Okay, komm. Der ist viel, viel schneller beim Angreifen jetzt. Wo verfickt nochmal, ist ja nun mal die. Hast du das auf den Tisch hier? Okay. Okay. Ich bin schon aufgelevelt, geil. Feuerkontate hat er bekommen. Okay, haben wir das gefunden. Aber erstmal eine Schatztrunde holen. Danach, dann geht's da weiter. Okay, ich hab mich geirbt. Ich hab noch vier Minuten. Also ich werde jetzt immer bei Nummer 22 Minuten Parts machen. Weil über 20 Minuten, das dauert einfach zu lange, das hochzuladen. Ich hab auch nicht so, äh, nicht so die Lust, um die Zeit dafür jetzt irgendwie aufzubleiben. Verdammt. Okay. Ich hab noch vier Minuten. Ich muss jetzt schnell nutzen. Naja, gesagt, drei Minuten und noch etwas. Ich bin ja ein Held, oder? Was war das denn jetzt? So. 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 Vertigowurf. Geht klar. Okay, hab ich bisher alles außer die eine da. Ach ja. Okay, ich weiß nicht, was er gerade jetzt da gemacht hat. Weil ich auf Stufe 17 bin. Bisschen Vorteil verschaffen. Und damit habe ich auch die letzte Truhe. Warte mal, ich bin zu dämlich. Warte mal, wie geht der Prozess? So. Achso, okay. Ich will wegbekommen. So. Damit die Werte sich erhöhen. Und so. Und damit haben wir auch eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Luftkomme Plus. Und noch ein Nullchip. Damit könnt ihr noch ein Item dazu tragen. Ja, das habe ich gerade aber erklärt. Ausrüstung. Geht da. Ähm. Okay. Okay. Nix davon ist eigentlich gut. Ich kann auch einfach das da. Und wir sehen uns im nächsten Platz. Guten Morgen. So.